Ich veranstalte mein eigenes Festival, das Acker Open Air Festival 2023 und das findet hier auf diesem Stoppelfeld statt. Das Wetter in den letzten Wochen war wild, deshalb konnten wir erst einen Tag vor dem Festival ernten und Stroh pressen. Ein Wunder, dass das noch geklappt hat. Die letzten Ballen wurden dann auch vom Feld geholt und dann haben wir mit dem Aufbau gestarrt. Dafür habe ich einen Anhänger von uns aus der Halle geholt, der so als Mainstage dienen soll. Und hab den schon mal im Feld einfach mal platziert, um zu gucken, wie es aussieht. Wir haben uns schon mal ein bisschen um den Kühlschrank gekümmert, weil Getränke dürfen hier auch nicht fehlen. Wie es dann weiter ging, seht ihr im nächsten Part.